Ja, let it happen, sagen die Amerikaner dazu, die sich damit kritisch befassen. Und jetzt kommt die schlimmere Version, die ist, dass es alles inszeniert wurde, damit man eine schon lange feststehende Agenda lostreten kann, die Amerika sozusagen das Beutemachen, nachdem die Sowjetunion weggefallen ist, kein Gegenspieler mehr da ist, im Bereich vor allen Dingen der Bodenschätze ermöglicht. Und nachdem ich sehe, dass die amerikanische Regierung alles tut, um die eigentliche Aufklärung zu verhindern, alles getan hat, um in der Zeit vor dem 11.09. die sich schon vorbereitenden Sündenböcke, die waren ja, die wurden ja, die gingen ja auf die Flugschulen, die waren teilweise in Deutschland, wurden drüber eingeladen, wurden dann rumgefahren, die sind alle unter Klarnamen gelaufen, die haben alle mit Kreditkarten bezahlt, die haben überall ihren Namen genannt, die haben sich ihren Spaß gemacht, sie gingen in die Flugschulen, überall war ihr Name registriert, sodass man hinterher sagen könnte, Mensch, die haben sich ja richtig auf diese Tat vorbereitet. Nun gab es aber von der FBI und teilweise auch von der Drogenbekämpfungsbehörde, gab es starke Hinweise darauf, dass die da tätig sind und die wollten das bereits aufklären damals, noch vor dem 11.09. und da ist ihnen richtig auf die Hände geschlagen worden. Es war immer wieder, um Gottes Willen, es geht euch nichts an, lasst das liegen, ihr habt damit nichts zu tun. So, dass man eigentlich zum, wenn man das alles sich anschaut, auch den Bericht der Geheimdienstausschüsse, die drüber gegangen sind, dass man zu dem Ergebnis kommt, es kann eigentlich nur so gelaufen sein, dass das eine gezielte Operation gewesen ist, die Sündenböcke sind präpariert worden, sie haben ihre Spuren vorher so gelegt, dass man sie hinterher nach dem 11.09. sofort aufklären kann und die Spuren, die eigentlich gelegt worden sind, nämlich wie diese Flugzeuge entführt worden sind, vielleicht auch ferngesteuert worden sind, wie diese drei Gebäude im freien Fall zum Einsturz gebracht sind mit Explosionengeschichten, da sind die Beweise so schnell wie möglich beseitigt worden. Überhaupt kein Interesse, das aufzuklären. Der Stahl ist sofort nach New Jersey abgefahren worden, von dort in die Schmelzen von Indien und China gegangen. Teilweise ist er Bestandteil von amerikanischen Kriegsschiffen über den Stahl, der darüber geliefert worden ist. Kurzum, das spricht alles für eine Typik, eine Covered Operation, oder wie man sagt, eine False Flag Operation, eine Tat, ich weiß nicht, wie der deutsche Ausdruck ist, eine Tat unter falscher Flagge. Was ist die 19? Also die 19 kamen ja aus allen Teilen der Welt. Es wird sehr häufig behauptet, sie kämen aus Saudi-Arabien. Der Saudi-Prinz, Faisal, aber legen Sie mich nicht, hat einen Besuch bei Bush gemacht und nachdem er bei Bush rauskommt, eine Pressekonferenz gemacht, die Behauptung, dass das Saudis Sein ist falsch. Diese 19 Leute sind zum großen Teil über das amerikanische Konsulat Jeddah, haben sie ihre Visa besorgt und sind damit in die Vereinigten Staaten eingereist. Und da haben wir einen interessanten Bericht, schon vor dem 11.09. von einem amerikanischen Beamten des Auswärtigen Amtes, der sagt, also wie da jungen Leuten Visas erteilt worden sind, das widerspricht jeder gesetzlichen Regelung. Die haben nicht angegeben, was sie machen, sie haben nicht angegeben, wo sie bleiben, ihre Formularer sind völlig unvollständig, sie haben willkürlich ihre Namen verändert. Also kurzum, er sagt, ich habe dort gearbeitet, habe Protest eingelegt, bin damit aber gescheitert und bin dann aus dem Ausweitendienst ausgeschieden. Ich habe festgestellt, dass von, ich glaube, 19 Beschäftigten des Konsulats 17 bei Geheimdiensten waren. Das heißt, da war eine richtige Schleusungsinstitution, über die diese Leute teilweise mit zehn Jahreswiesen in die Vereinigten Staaten eingeschleust worden sind. Dann sind sie in verschiedene Flugschulen gekommen. Diese Flugschulen haben den Leuten miserable Zeugnisse ausgestellt. Ich glaube, Mohammed Atta war es, dem würden wir nicht meine Cessna anvertrauen. Dem würden wir auch kein Flugzeug, also die kleinen Flugzeuge unseres Flughafens, unserer Flugschule leihen. Kurzum, die haben das im Grunde genommen mehr oder weniger pro forma gemacht. Und um so zu tun, der eine hat dann angeblich behauptet, er wollte nicht starten und landen lernen, sondern nur fliegen. Das ist dann aber zurückgenommen worden, ich glaube, vom Transportminister. Also das war ein extrem merkwürdiger Haufen. Umgeben, ein Teil von denen war sogar auf amerikanischen Militärschulen, wenn es denn dieselben gewesen sind. Man muss nämlich berücksichtigen, dass ein Großteil dieser Personen möglicherweise mit völlig falschen Personalien versehen gewesen ist. Die meisten von denen, den Namen oder den Leuten, die da benahmt worden sind vom FBI, sind ihre Identitäten, also ihre Führerscheine, ihre Pässe gestohlen worden. Und das ist dann, sind sie meistens zur Polizei gegangen, haben das dargestellt und haben neue Pässe bekommen, mit denen sie dann weiter operiert haben. Aber kurzum, es ist durchaus möglich, dass auf diese Personalpapiere nun falsche Identitäten aufgebaut worden sind. Und so kommt es, dass BBC London in Zusammenarbeit mit arabischen Journalisten und Zeitungen herausgefunden hat, dass sieben von diesen 19 noch lebten nach dem 11.09. Das heißt, überhaupt nicht die Täter gewesen sein konnten. Der eine ist bei den Saudi-Airs gewesen, der zweite ist bei einer Ölgesellschaft in Saudi-Arabien, der dritte ist irgendwo in Marokko als Flieger eingesetzt. Kurzum, ein sehr beachtlicher Teil hat sich als lebend gemeldet. Und das FBI ist aber dieser Sache nicht weiter nachgegangen, hat diese Liste nicht korrigiert. BBC hat bis heute nicht seinen Bericht korrigiert. Es kann also auch nicht so gewesen sein, dass der FBI-Attaché in London etwa zu BBC gegangen ist. Man korrigiert das, wir haben das nachgeprüft. Eure Angaben stimmen nicht, sondern die bleiben dabei und deswegen ist es vermutlich auch so. Und der FBI-Chef Müller hat auch erklärt, dass letztlich die Identität der Täter des 11.09. nicht geklärt ist. Sie sind alle wohl in Afghanistan gewesen, wenigstens von ihrer formellen Papierform. Und Osama Bin Laden ist angeblich ihr großer Führer. Dazu muss man eben wissen, dass Osama Bin Laden ein alter Mitarbeiter der CIA war in Afghanistan. Dort haben die Geheimdienste von Saudi-Arabien, Pakistan und CIA zusammengearbeitet. Die CIA hat die Waffen geliefert, sehr häufig Ostwaffen, aber auch ganz wichtige Westwaffen. Und die Familie Bin Laden war eng befreundet mit der Bush-Familie. Die haben ihr Geld angelegt in Investitionsgesellschaften, für die der alte Präsident Bush noch heute die Werbetrommel liefert. Und der Hauptjäger der sogenannten Al-Qaida und Osama Bin Ladens ist gezielt aus der FBI rausgeschossen worden. Das ist auch eine ganz merkwürdige Geschichte. Der Mann war auf einer FBI-Polizeikonferenz irgendwo im Süden, hatte eine Aktentasche dabei. Da hat er dummerweise Geheimmaterial dabei gehabt. In der Konferenz, wo nur Polizisten untereinander waren, ist ihm das geklaut worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017